so hallo leute willkommen zu einem weiteren angespielt angespielt lass mich was holen diesmal schaffen wir es diesmal halten wir eine verpackung vor der nase den leuten vor die nase weil sonst kriegen wir es ja nie hin hi leute willkommen zu kabel hat angespielt zu dragon quest bilders importiert aus japan habe ich schon ein paar mal ein paar stunden gespielt wie viel kennt es noch gar nicht und wird ihr zockt das jetzt zusammen gemeinsam das erste mal an und ich werde ein bisschen was dazu labern erzählen wie so die ersten stunden davon im spiel sind was man da machen kann was man erlebt und wie schwierig genau wie schwierig doch diese sprachbarriere im spiel doch ist da kommt noch gleich ein cooles intro das könnt ihr euch das mal anschauen und wir blenden uns dann auch so ja wir machen ja wieder halbe stunde mit die leute was zu gucken haben genau wann weiß sich das spiel nicht in die nase stecken sich das spiel nicht in den popo stecken was das spiel in den popo nein während ihr jetzt das guckt probieren wir was aus nein ich hab ab ja 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 Musik 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 Dragon Quest Builders! Herzlich willkommen zurück! Und? Ja. Schönes Intro, ne? Minecraft lässt grüßen. Das auf jeden Fall. Das ist sehr stark inspiriert. Hat aber ein paar Features, die ich teilweise sogar besser finde als von Minecraft. Ähm. Ist komplett Einzelspieler behaftet. Ähm. Das erste ist halt Spielbeginn. Und da unten, das wäre, äh, Gameu. Ja, wahrscheinlich Gameoption oder sowas, ne? Genau, Spieloption. Und oben kannst du halt starten. Ach, mit Kreis. Du musst denken, das ist jetzt japanische Sprache. Äh, Steuerung. Das heißt, nix ist Kreis und Kreis ist nix. Ach, da machen die sechste alle mit Kreis? Oh Gott. Da muss man sich dran gewöhnen. Ui. Jetzt kannst du aussuchen. Du kannst ein bisschen einstellen, was du haben möchtest. Manline, Vipline kannst du die Charakter einstellen. Was sind wir dann? Manline oder Vipline? Mach wie du willst. Was? Wo fühlst du dich besser? Wo fühl ich mich besser? Achso, das ist wieder zurück. Genau. Du musst den richtigen Knopf drücken. Äh. Das ganze Hautfarbe. Nigger. Ne, komm, wir machen es echt. Ja. Blond? Nein, wir machen jetzt hier nicht die Nigger-Quote. Das macht ja nicht. Kann ich mal auch eine andere Farbe? Also so eine, so eine... Also es gibt nur die Hauptfarbe. Es gibt nur diese Farben, die du jetzt gesehen hast auch, ne? Schade. Also so einen grünen Mob konnte ich mir jetzt nicht passen. Ne. Was ändere ich da? Augenfarbe. Das erkenne ich doch nicht. Ich glaube jedenfalls, dass es die Augenfarbe ist, weil das war das Erste, was ich gedacht habe. Wie, wir mussten ja heran. Ja, mit viel Gefühl ist das Augenfarbe. Shite-gu-o-zai. So, und jetzt bestätigen. Genau, jetzt den Namen eingeben, den du haben möchtest. Kann ich auch normale Buchstaben benutzen? Nein. Scheibenklasse. Kann ich mich nicht einfach Spieler nennen? Äh. Du kannst... Wo ist denn das... Das japanische... Das Kanji-Zeichen für Spieler anzeigen. Soll ich Bifi eintragen? Ja, bitte. Trag mal Bifi für mich ein, weil ich sehe jetzt gerade gar nichts. So, ich muss mal kurz gucken, wo sind denn die Katakanas da unten. So, wo ist das B? Sag mal schnell, wo das B ist. Ähm. Ihr erkennt es. Da, das ist das B. Dann das F. F, 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 F ist... Äh, äh, so... Hier, die Sucherei wieder los. Da oben ist das F. Und ein kleines, äh... Kleines I. Äh, äh, kleines I. Kleines I, kleines I, kleines I, kleines I, das ist da unten. Hi. Bitte, Bifi. Irgendwann werde ich das auch können. Mein Ziel beim Japan-Stern ist, äh, Spiele kaufen und meinen Namen richtig schreiben. So, jetzt kommt erstmal ganz viel Text, das werden wir für euch ganz schnell überspringen. Grob zusammengefasst, stellt euch jetzt hier dieser, dieser Drachenmeister, das ist der Gegner, der wird auch übersetzt, ähm, sagt, dass er jetzt die Welt erobert hat und, ähm... Der schuft. Der schuft sozusagen, er stellt sich kurz vor, was er vorhat, ähm, hasst den Spieler natürlich und so weiter. Und... Geht los. That's it. That's it. Jetzt wachst du sozusagen auf, du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, was los ist und eine Stimme, ähm, führt dich so ein bisschen rum. Also, das ist das Tutorial jetzt. Und, ja, und da erklärt dir halt kurz, was passiert ist, dass halt der Drachenmeister da die, ich sag mal, die Dunkelheit gebracht hat, die Monster auferstanden sind und die Menschen, was ich, schreiend durch die Gegend laufen. So. Das ist das Tutorial am Anfang, um die ersten Grundbewegungen zu erlernen. Und deine Aufgabe ist es jetzt halt, aus diesem Keller, wo du gerade drin bist, rauszukommen an die Oberwelt. Okay. Das ist doch sehr, mehr Text basiert, als ich... Habe ich auch, ich habe auch gedacht, du, ey, das ist super, es ist nicht so viel Text drin, da habe ich das gespielt, da dachte ich so, fuck. So, jetzt wird dir kurz erklärt, was dir gemacht wird. X. Kannst du springen, meine ich. Was muss ich jetzt machen, einfach erkunden, oder? Ja, ich springe einfach mal ein bisschen hin und her. Oh. Totköpfe. Ja, die erklärt, also, du läufst jetzt hier rum und die erklären dir das einfach alles, kurz, was es auf sich hat. Ich kann mich nicht bewegen. Wenn ihr die volle Übersetzung wollt, müsst ihr Sam bei Nerdshit anschreiben, die übersetzt euch das gerne. Zack. Eingebaut. So, was ist da hinten jetzt? So, das sind jetzt, ähm, Blüten, die du da hinten siehst, die kannst du einsammeln. Du kannst sowieso relativ viel auch einsammeln, das ist, äh, so, eingesammelt. Jetzt, ähm, jedes Mal, wenn du etwas Neues einsammelst, ähm, mach mal, drück mal in der Zeit weiter. Ja. Ähm, kriegst du neue Rezepte. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt, du hast jetzt diese Blüten aufgesammelt, jetzt fällt dir ein, jetzt kann ich das bauen, jetzt kann ich das bauen, jetzt kann ich das bauen, jetzt kann ich das bauen. Jetzt sammelst du irgendwann später Steine an, dann fällt dir ein, ach, dann kann ich das daraus bauen, das daraus bauen. Also, wenn du was Neues einsammelst, kriegst du neue Rezepte auch teilweise dafür. Okay. Ja, und jetzt muss ich irgendwas mit Baum. Genau. Der Baumstamm, das ist deine Werkbank. Der Baum ist meine Werkbank. Es gibt verschiedene Größen. Der Baumsturm ist die niedrigste Werkbank, die es gibt. Da kannst du auch, wie du siehst, nicht viel bauen. Es gibt noch eine Steinwerkbank, die ist relativ gut, da kannst du fast alles dran bauen. Und später kriegst du dann noch sowas wie Öfen, dann kriegst du eine Schreinerei, um dann noch spezifisch dann was Neues aufbauen zu können. Okay, und ich bastel mir jetzt einen Kompass, weil ich das richtig sehe, oder? Äh, nein, das ist eine Salbe. Eine Salbe? Das ist eine Salbe, falls du verletzt wirst, kannst du die einsetzen. Ah. Ich muss immer ein bisschen aufpassen, ich glaube, es ist mir ein bisschen zu laut, so. Ja, danke. Musst du halt nur gut synchronisieren. Ja, muss ich nur gut nachsynchronisieren. So, erklärt dir kurz die Anwendung. Die Salbe mit Dreieck, äh, doch mit Dreieck. So. Du kannst mit dem Steuerkreuz links und rechts die Sachen ausführen, wenn du was hast. Ah, okay. Und kannst es jetzt mit Dreieck aktivieren. Siehst du, oben die Leiste hat sich jetzt erhöht. Leben. So, jetzt weißt du halt, okay, wenn ich so und so viele Blätter einsammle, dann kann ich mir wieder was heilungsmäßig bauen. Ist auch wichtig, weil gerade nachts, wenn du unterwegs bist, ist es wie beim Zombiespiel sozusagen. Du, du kletters Haus, ist tags, ist relativ ungefährlich. Die Gegner sehen dich auch, greifen dich auch an, aber sind nicht so wie nachts, nachts erfolgen die ich richtig. Ja, also. Gibt stärkere Gegner auch. Wie in Minecraft. Genau. Ja gut, Minecraft hast du tagsüber, aber keine Gegner. Hier hast du auch tagsüber. Jetzt kann ich wieder in die Werkbank gehen und bastel mir ein Schwert wahrscheinlich oder ein Stock. Du musst aber auch Kreis drücken. Achso, entschuldige, ich hab das ungewohnt mit dir. Ja, ja, das ist am Anfang, hab ich auch erstmal scheiße, scheiße, scheiße. So. Aha, du hast jetzt hier einen Knüppel gebaut. Sehr gut. Jetzt kannst du Steine abbauen. Ah. So, jetzt erkletter dir kurz, wie du da hinkommst. Bla, 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 bla. Also ich versuch jetzt wirklich den Text zu skippen, weil sonst ziehen wir uns das noch richtig lange hin. So, jetzt drück mal Kreis. Kreis. So, jetzt gehst du mal auf Ausrüstung. Ich glaub, das ist der zweite. So, jetzt kannst du, wenn du Waffen oder Rüstung baust oder Accessoires, kannst du die jetzt hier nehmen und in die Slots verteilen. Hab ich jetzt Use? Ich glaub, ja, du hast in der Hand. Die Zeichenkombination kannte ich jetzt auch, weil... Hab ich bei Sam gesehen, als die Pokémon gespielt hat. Ah, siehst du? Mal nicht. So, und du hast jetzt am Anfang dieser Stock, der ist halt, ähm, wie bei Minecraft, kannst du jetzt nicht mit dem Stock Steine abbauen oder sowas. Sondern kannst du erst mal nur Erde. Aber ist doch schon mal am Anfang. Sagt er dir jetzt auch, du solltest Erde abbauen erstmal. Ach so baut man die ab. Genau. Schlägst du drauf. Ähm, interessant wird das Spiel auch erst ein Stück später. Ich sag mal, wenn du so, ja, ich sag mal so ein, zwei Stunden gespielt hast. Mhm. Wenn du das erste Mal das spielst, dann brauchst du ein bisschen länger dafür. Dann kriegst du einen Hammer. Mit dem Hammer kannst du Steine kloppen, kannst du Kohle abbauen, Metalle kannst du dann abbauen. Dann kommst du, kriegst du ganz viele Rezepte und kommst endlich mal so ein bisschen voran im Spiel. Am Anfang ist es halt wirklich nur gucken, ausprobieren. Was kann ich jetzt machen? Was könnte ich machen? Ja. Und dann kriegst du auch viel mehr Dekoration für dein, für dein Dorf und alles. Das wird dann richtig interessant. Ja, jetzt ist die Sache mit, mit aufbauen, setzen und so weiter. Genau. Du willst dann den Stein aus? Ich kloppe erstmal. Äh. Jetzt X drücken. So. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Stein kloppen. Kannst du mal machen. Und wenn du jetzt die Pflanzen da klopps, kriegst du halt Blüten und sowas. Oder auch teilweise Seilküssel oder hier so Fäden zum Einsetzen. Das reicht aber. Mehr brauchst du im Moment nicht. So. Jetzt musst du wirklich nur da oben, sag ich mal, was hinbauen, dass du da hochkommst. Ja. Und das... Ich wählst du aus? Also, ich wähl aus und dann Dreieck, ne? Dreieck. Dreieck. Oder? Dreieck, ja doch, Dreieck. Jetzt kannst du da hochspringen. Und die Kamera kannst du mit dem anderen Stick drehen, so ein bisschen, wenn du dann Kamerarichtung wechseln willst. Gucken wir mal, ob es die Augenfarbe ist. Ja, passt. Siehst du? Könnte die Augenfarbe sein. Und sobald... Falscher Knopf. Schon wieder falscher Knopf. Und sobald du das jetzt hinter hast, dann hören sie auch auf mit der Einleitung großartig. Dann bist du sozusagen auf dich allein gestellt jetzt. Ah, krass. So, die Grundmaßnahmen, dann musst du dir wirklich von alleine sagen, okay, du hast jetzt hier einen Hammer, du musst da gucken, was kann ich mit dem Hammer machen und so. Genau. Du bullst dich dann irgendwie so durch den Fels, kriegst dann neue Maneralien, dann sagt der, dann fällt ihm so ein, ach, das könnte ich da rausbauen, das könnte ich da rausbauen. Aber bis du das bauen musst, gibt es auch noch ein weiteres Hindernis. Du musst dein Dorf ausbauen. Ah. Erst wenn du dein Dorf auf ein gewisses Level gebracht hast, das siehst du auch gleich, kannst du neue Sachen bauen. Chris, du wirst auch gleich sehen, wie das funktioniert mit den Rezepten, wie man Häuser baut und das ist alles komplizierter als bei Minecraft, aber ich finde auch einen Teil interessanter. Okay. So, jetzt wird kurz die Region vorgestellt, es gibt mehr Regionen. Ja, hat man ja beim Trailer schon gesehen, so Eisregionen, Wüste. Genau. Da sind schon mehr Monster drin als, ne? Wie gesagt, also, gut, jetzt bist du noch im Startgebiet, das sind noch relativ schwache Gegner, aber ich bin auch schon weitergekommen durch den Teleporter, ein anderer Bereich der Welt. Nachts da rumlaufen war schon echt kritisch. Also da herzulaufen. Und auch das. Yay. Das heilige Symbol. Das heilige Symbol. Das heilige Symbol. Was du auch im Trailer gesehen hattest. Also damit, ja, und dann... In einem bestimmten Bereich, wo du dann, sag ich mal, wo gereinigt wurde. Dann klärt er hier kurz, bla bla bla, bringen das dann dahin, damit dann... Die Welt baubar wird. Oh. Zack, Falschaden. Bin runtergefallen. Sie sollten nicht von so hoch runterfallen. Das hat schon was auf jeden Fall. Ja, also ich finde auch grafisch, ich finde das ist sehr ansprechend, also klötzt sie im Bau, ja, aber ähm... Ich finde, das sieht tickt besser aus als Minecraft. Also deutlich ein Tick besser. Wow. Und das ist online spielbar? Nein, Multiplayer. Also komplett Single. Komplett Solo. Oh, krass. Schade, fand ich. Ich hätte es auch cooler gefunden, wenn. Hm. Haben sie aber leider nicht eingebaut. Leider. So, jetzt sagt er dir kurz, jetzt wo du dieses Gebiet gereinigt hast, du siehst das Kästchen, das ist jetzt das heilige Gebiet. Da kannst du bauen. Ah. Und jetzt kommen auch NPCs dahin. Leute, die geben dir Aufträge, später kannst du dann noch Läden mit denen aufbauen, dass du dann Rüstungen und sowas kaufen kannst und nicht unbedingt herstellen musst. Okay. Echt? Aber erstmal ist hier nichts. Doch, ein NPC ist gekommen. Ach doch. Genau, also das Dorf, was du jetzt siehst, das ist zerstört und da ist jetzt gar nichts erstmal, außer hinten diese Tür. Hm. So, stellst du dich kurz vor, hallo, ich bin so und so, wie geht's dir? Hat sie einen Namen? Äh, hat sie, ja. Aber frag mich jetzt gerade nicht, äh, da steht, da steht er. Und da steht... So weit weg. So weit weg. Nennen sie Hilde. Hilde. So, siehste, das ist jetzt die größere Version, genau. Kannst du ein bisschen mehr bauen. Du Gott, da brauche ich ja noch mehr Klamotten. Ja, ja, das sammelt du... Also schade, dass es nicht direkt angezeigt wird. Was? Direkt die Klamotten, die du brauchst. Das ist schade, aber gut. Mach mal wieder eine Salbe. Ah, falscher Knopf. Genau. So, jetzt möchte sie was von dir. Mhm. Wie gesagt, du sofort was? Ey? Kokoni? Aha, blablabla. Mir geht so schlecht, blablabla. Geht es hier wirklich schlecht? So, besorgt mir bitte. Blablabla. Ihr seht sehr, sehr viel Text. So, jetzt sagt sie, das ist meine neue Hütte jetzt. Lass dich mal einfach mal beansprucht, weil sie war zuerst da vor uns. Mhm, okay. Und... Jetzt musst du... Vielleicht sagst du dir... Das Gute ist, da gleich wird ein Symbol angeblendet, was du machen sollst. Zack, du sollst Erde nehmen. Das Symbol für Erde. Und jetzt sollst du die Löcher in dem Haus stopfen. Löcher stopfen. Nein, zweideutig. Gut, Löcher stopfen, das Griechen. Äh, und dann? Genau. Also, die kurz... Achso, ich kann nicht übereinander stapeln? Doch, jetzt einfach drauf. Ah, verdammt. Nicht schlagen? Genau, genau. Du kannst auch, ich glaube, mit den Schulter tasten, weil das eine Ebene tiefer machen. Wenn du da oben jetzt stehen würdest, könntest du... Achso, da, ja. Wenn du genau arbeiten willst, dann kannst du das machen. Du, 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 du. Ich muss sich erst an die Steuerung gewöhnen. Ja, das ist echt... Das ist jetzt gerade sehr, sehr ungewöhnlich. So, jetzt, ach so, oh, toll, mein Haus ist fertig. Hast du gut gemacht. Jetzt geht sie zu Ihnen. Und sie gibt eine Räume. Achso, ich kriege jetzt eine Räume. Und sie hat ja auch applaudiert. Ja, genau das wollte ich ja gerade auch zeigen, aber irgendwie stand ich voll im Bild. Danke, dass du die Räume mit der Erde zugemacht hast. Blablabla. So. Zack, du kriegst was geschenkt. Und so, du hast ja gerade schon Steine... Guck mal, du hast drei Blüten gekriegt. Kann ich wieder eine Salbe rausmachen. Yay. So, nächste Aufgabe hat sie direkt wieder für dich. Du könntest natürlich jetzt auch sagen, du lässt die jetzt einfach mal da stehen und erkundest erstmal die Welt. Macht aber in dem Sinne auch kein... Du kannst erstmal gucken, was willst du für eine Quest und dann kannst du auch erkunden gehen, weil du musst ja eh Farm erstmal so ein bisschen was zusammensammeln. Ja, ich hab ja bisher nur Erde. Genau. Ja, und einen Stock, Salbe und Blüten hast du ja bis jetzt nur. Wie gesagt, wenn das jetzt noch auf Deutsch wäre, wäre das viel geiler. Ich hab auch gedacht so, ey, das ist Minecraft, da brauchst du nicht zu viel Sprache. Und dann kam das und dann saß ich die ganze Zeit mit dem iPad immer davor und hab geguckt, was brauch ich, was brauch ich. So, was brauch ich jetzt? Jetzt sollte ich irgendwie... Eine Fackel? Also ich sehe eine Fackel und das andere ist... Ein Koffer. Ja, geh mal hin. Das ist, äh... Das siehst du aber gleich, was du bauen musst, was du dafür brauchst. Ah, ich hab auch schon die Materialien dafür bekommen. Stock und Glibber. Ja. Zack, die Tür in die Frisse gekloppt. Jetzt fahr ich grad beim Legen, wie spring ich nochmal? X? Ja. So. So, sie möchte jetzt von dir erstmal Fackeln baust. Fackel. Bauen. So. Du bist also fünf Stück gekommen, jetzt gehst du zurück ins Haus, weil die zweite Aufgabe war, du sollst das Haus ausleuchten. Ah. Wichtig. Die magst du nicht so dunkel. Genau. Weil, Angst vor... Irgendwann, geh einmal hin. Jetzt... Jetzt das gleiche wie... Einfach irgendwo hinstellen, ist völlig egal wo. Das ist auch erstmal nur... Also... Also, ich kann dir wahrscheinlich auf Garage stellen. Doch, du kannst auch auf Garage stellen, du guckst grad gegen die Wand. So. Ah. Siehst du jetzt... Feature jetzt? Mhm. Du hast dieses Haus aufgewertet. Die erste Aufwertung war, du hast es zugemacht. Die zweite Aufwertung war jetzt, du hast eine Lampe reingemacht. Und du siehst oben unter deinem Lebensbalken dieses Camp. Äh, Camp. Das ist dein Dorf. Und du siehst Level 1. Wenn du jetzt zum Beispiel noch Betten reinbaust, Schatztruhen reinbaust und so weiter, dann steigt das Level immer höher auf. Und sobald du ein Level geschafft hast, kriegst du neue Gegenstände, die du erforschen kannst und so was. Cool. Jetzt gehen wir mal wieder zur Hildi. Ja. Und da gibt es auch irgendwann die Quest. Ähm, dass du erstmal dein... Auf Level, ich glaub, 2 oder so bringen musst. Und dann musst du erstmal wirklich, äh, in das Haus einfach mal Tische reinkloppen. Ist egal, ob das brauchst du auch nicht. Erstmal auf Level bringen und dann kannst du später es noch schön rücken und so was. Yay, ja, ja. Die Quest schon wieder komplett. Kriegt wieder einen Stock. Und das coole ist wirklich, irgendwann denkst du, ach, diese paar Sachen, die hast du eine riesige Tasche dabei, ne? Sobald du rausgehst, findest du so viele Sachen, dann ist die Tasche komplett voll. Selbst mit dem Stock findest du so viele Gegenstände, dass... Wie in Minecraft. Genau. Ja, ich geh mal kurz raus, ich bin voll. Ja. So ist es. So, Fackel mit Y an, okay. Äh, mit Y, mit 3. Mit 3, genau. Oh, da biefstift ein. Oh mein Gott, wir müssen ihn wachkitzeln. Es ist halt sehr... verwirrend, weil normalerweise drück ich nie Texte weg, so. Sehr gut. Da, da steht Spieler. Also Spieleranzahl. Also Mensch. Mensch. Das sind dadurch jetzt... Mensch. Ja. Ja, Mensch. Es geht wahrscheinlich um wieder ein neu bevölkernes Dorf. Nee, jetzt geht es darum, dass du halt gerade diese Lampe reinmachen solltest. Hast du jetzt gemacht. Ach so, ich hab ja zwei Quests auf einmal gemacht. Das habe ich gesagt, tu die Lampe direkt rein, dann hast du sie weg. Und jetzt sagst du dir halt, die Menschen mögen es halt, wenn es hell ist und sowas. Wie gesagt, ich hab das alles versucht, damit so mit dem iPad so einigermaßen zu übersetzen, dass ich zumindest so die ersten zwei Stunden was sagen könnte, was du da machen musst. Und das sind keine Papyrus. Das ist kein Papyrus? Was ist das denn dann? Bett. Bett. Und das andere ist Hanf. Ähm. Ja, das ist so eine Art... Blatt. ...Blatt oder sowas. Jetzt musst du sammeln gehen. Das krieg ich wahrscheinlich von... Jetzt hast du ein neues Rezept anerkannt. Jetzt weißt du, wie man das baut. So. Jetzt kann ich gucken, was brauche ich dafür. Genau. Draufklicken, dann siehst du, aha. Du brauchst von diesen... Ja. Nennst du mal Hanf. Wirklich Hanf fair? Schiff. Schiff. Ähm. Musst du... Schiff. Ähm. Musst du Pflanzen kaputt machen. Ich mach Pflanzen kaputt. Sowas wie das hier. Siehst du? Oh ja, perfekt. Du hast du da was anderes bekommen. Mach dein Dorf kaputt. Sie machen unser Dorf kaputt. Also musst du dieses größere rote Gras da nehmen. Ich glaub, das ist rot da hinten. Siehst du diese große Pflanze da? Also da vorne, die ist blau... Die weiß, die gibt dir diese... Achso, ich weiß, die gibt mir die Blüten. Und da hinten diese große... Die gibt dir die anderen. Die du da hattest. Da die große. Ah, die große da, ja. Aber sie ist nicht rot. Entschuldigung, da ist halt braun. Ja, das Problem... Das Problem ist ja wirklich, weil du bist einfach... Farbenblind. So, jetzt kannst du eine bauen. Ich glaub, du musst sogar ein oder zwei bauen. Muss mal gucken. Er muss mal bauen. Ja, brauchst du wieder... Du kannst auch jetzt außerhalb des Dorfes suchen gehen. Du musst jetzt nicht zwingend da suchen. Ja, man sollte ja erstmal da suchen, wo man was hat. Aber die will ja erstmal ein Bett haben. Da stelle ich hier erstmal hin. Ja, jetzt kannst du dir aussuchen, wo du es hinstellen kannst. Oh Gott. Ich würde zu einer Ecke... Da, da, genau da. So. Zack, 30 Erfahrungsmutter zugekriegt. Da ist noch eins. Ja. Ich glaub, das reicht schon. Oh. So, ein Bett möchte sie noch in ihrem Haus haben, weil sie möchte nicht alleine schlafen. Kennen wir alle. Ho, 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 ho. Ich will nicht alleine schlafen. Ho, 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 ho. Ja, aber man darf bloß nicht mit ihr dann drei Tage zusammenschlafen, weil sonst ist man ja verheiratet. Ja, das stimmt. Hat man ja gelernt von... Gate. Gate. So. Jetzt hat es direkt daneben gebaut. Ist doch okay. Ist doch egal. Ist doch super. Ja, wenn du später... Es war jetzt immer wichtig für die Quest. Du kannst es später dann noch anders bauen, wenn du möchtest. So. Oh, danke für das Haus. Einfach nur durch die Tür gerannt. Danke. Und das ist wie bei Minecraft. Da kannst du dich auch reinlegen und auch die Nacht überspringen. Ah. Okay. Es ist vieles kopiert. Sehr vieles kopiert. Ja, gut. Aber auch vieles neu eingesetzt, finde ich. Ja, gut. In Japan gibt es auch, glaube ich, ist Minecraft nicht so bekannt, glaube ich. Das kann ich dir so jetzt gar nicht sagen. Das erklärt sie dir nur, dass du da halt hinlegen kannst, die Nacht überspringen kannst. Um die Nacht zu überspringen, ja. Deswegen versuchst du es gerade. Ah, 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 ah. Ich fühle mich irgendwie müde wahrscheinlich, ne? Ah, zwei Stöcker. Zwei Stöcker. Zwei Stöcker. So. Da ist die Uhrzeit. Du kannst entschlopfen gehen. Uhrzeit? Wo ist denn die Uhrzeit denn jetzt? Da, oben jetzt. Ah, da oben. Okay. Machen wir noch eine Quest. Genau. Ja, wie gesagt, am Anfang ist es wirklich nur diese... Quests an dem... Erkundungen kommen gleich. Dauert nicht mehr lange. Ich will einen Schleimtipp. Und das werde ich auch im zweiten Teil tun. Wie gesagt, es ist ein bisschen lang geworden, deswegen habe ich das jetzt einfach mal gesplittet. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Wenn es dann soweit ist, könnt ihr dann dementsprechend jetzt in diesem Video auf den Zeigefinger klicken, dann kommt ihr direkt zum zweiten Teil. In der Zwischenzeit könnt ihr euch aber andere Videos angucken, wie zum Beispiel das angespielt Video zu Hyrule Warrior Legends Demo mit dem alten 3DS. Da seht ihr erstmal, wie schwach der Titel ist, weil die ganzen Gegner aufploppen. Es läuft nicht ganz rund der Titel. Na, es hat mich doch ein bisschen arg mitgenommen mit Motivation, dann auch mal was dazu zu sagen. Und auf der anderen Seite... Jetzt muss ich mir mal kurz räuspern. Ja, meine Stimme will nicht mehr so wirklich. Egal. Auf der anderen Seite könnt ihr euch das Project Exxon 2 angespielt Video angucken, wo ich solche Wörter wie Restore und komische Nachnamen vorlese oder versuche vorzulesen. Das Spiel ist super, dazu gibt es auch ein Lohntes sich. Aber ich dachte so, angespielt... Na, da gehören am Ende auch angespielt Videos dazu. So. Und falls ihr jetzt sagt, ah nee, komm, ich will irgendwann den zweiten Teil gucken, ey, kein Problem, einfach uns abonnieren, dann verpasst ihr nie wieder ein Video. So. Und ich werde jetzt die Schimme... Die Schimme... Die Stimme schonen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein. Vielen Dank.